Das 3D-Trickart-Museum macht mich vollkommen fertig, denn die Effekte sind so spektakulär. Aus der richtigen Position betrachtet sind sie ein Fotomotiv, was ihr nie vergessen werdet. Und wir sind zu Gast hier und haben Can und Maria natürlich in der richtigen Perspektive. Beide sind von einem Affen mit einem Stab, werden gejagt und werden runtergespült. Und von der Seite betrachtet natürlich nur eine riesige Illusion, ja. Ich gehe nochmal kurz auf den Fotopoint und da sind sie wieder. Komplett in der richtigen Perspektive. Danke fürs Einschalten, ciao.